Was ist denn? Und jetzt muss uns die Eileidische Todesfalle verraten, ob ein Kaiser unter uns ist. Heute ist wahrlich ein bedeutender Tag. Naemon, nicht jetzt. Airen, es gibt immer genug Zeit, um euch vor euch selbst zu schützen. Wie könnte ich euch in dieser Vorrichtung euer Leben riskieren lassen, ohne sie zuerst zu testen, liebe Schwester? Wenn ihr Hatschins Umhang tragt, werdet ihr niemals festgehalten werden. Es ist unglaublich. Ich kann den Weißkullturm sehen. Ich... Nein! Was geschieht mit mir? Aaaaaah! Nein! Du hast mich getäuscht, Schwester! Es ist ein Fehler! Ich werde euch alle töten! Ich werde euch in die shuffle. Ich werde euch in die Hиче kommen. Ge Livest du moy. Es sieht aus. Es sieht aus. Es ist ein Pedro. Es steht. Das war's für heute. Oh! Nein! Der Traum! Er verblascht! Nem, was habt ihr euch nur gedacht? Warum? Was? Nein, ich... Warum sollte Nemon das tun? Ich hatte ihn doch zu einem Teil dessen gemacht, was wir hier aufbauen. Ich wollte ihm zeigen, dass es hier um mehr als nur unser Volk geht. Ich würde gern jeden Bewohner Tamriels als unser Volk sehen. Das, wovon die Legende berichtet. Es hat die wahre Person in seinem Innersten enthüllt. Das, was es auch mit mir tun wird. Meint ihr, ich hätte hier eine Wahl? Ich werde das Planetarium betreten, so wie ich es den Leuten des Altmeere-Dominions geschworen habe. Ich muss erfahren, ob ich dazu geeignet bin, es anzuführen. Und falls ich es nicht bin, falls ich eine Veränderung wie die meines Bruders erfahre, ich darf auf keinen Fall zu einer Bedrohung für das Volk werden, das ich zu führen geschworen habe. Versteht ihr mich? Ich darf mich nicht verspäten. Ich bin... ich selbst. Nicht wahr? Ein friedliches Dominion. Die weise und gerechte Herrschaft über Tamriel unter dem Altmeri-Banner. Eine Zukunft, die ich zu errichten hoffe. Und euch, wie ihr an meiner Seite steht. Kommt und helft mir, diese Zukunft zu errichten. Ich werde niemandem sagen, was mein Bruder getan hat. So wie ich es sehe, starb er, als er mir helfen wollte, nicht als er meinen Thron einnehmen wollte. Er starb des Magnus. Ein mächtiger Gegenstand mit der Fähigkeit, Magie zu unterdrücken. Gefährlich, wenn er denn je in die falschen Hände fiele. Zum Glück ist er schon in unserem Besitz. Geht nach Marbrook, im Osten von Grünschatten. Sprecht mit Hauptmann Sarandil über die Beschaffung des Stabs. Ich werde euch bald folgen. Wir hörten Kampfgeräusche. Was ist geschehen? Es gab einen Unfall. Mein Bruder gab sein Leben, um uns zu beschützen.